Wenn die so nach oben sind, ist es einfach so on fleek, wisst ihr wie ich meine, dann kommt mein Gesicht mehr zum Vorschein, wieso, digga, als hätte ich so ein Poupet in meiner Fresse oder auf meinem Haarensatz. Wap, Bab oder Doggie, sei ehrlich, Doggie, Baba, Baba, Doggie, was, Doggie, Baba, Son, Marion kennt seine Haare nicht mal, her, her, was hat es jetzt mit Marian zu tun, nee, was, meine Haare sind voll geil gerade, hatte mir schon überlegt, meine Haare komplett abzuschneiden, einfach mal kahl zu rasieren, was meint ihr, Leute, mit hier mit einem Strich in der Mitte, was, Barschule, bam, bald mein Führerschein, bam, bald Autofahren, bam, ha, das wird so nice, Leute, ich freu mich, gibts mir Doggy, gibts mir Doggy, Katjas Lied, nö, kennen sich Jungs überhaupt die Haare, also ich füllen mir meine Haare, aber kennen tue ich sie nicht mehr, also kennen tue ich sie nie, ne, füllen und dann stehen sie immer so nach oben, aber ja, Faschulen kannst du aber auch noch warten, bis du alleine fahren kannst. Ich bin eigentlich voll der gute Fahrer. Glaubt mir, wenn ihr wisstet, Leute, waren so unmotiviert, warum so unmotiviert, ich bin nicht unmotiviert, ich bin einfach ruhig gerade vom Tag runtergekommen, vom Stressigen, ich schwör, ich geh in einer Stunde pennen oder so, ich bin so müde, Tag war wieder so anstrengend. Leute, wenn ich wenig snappe, dann heißt es immer, desto mehr ich snappe, desto langweiliger ist mir am Tag. Mercedes oder BMW, oh mein Gott, haus hoch, Mercedes, Alter. BMW stinkt da, was weiß ich wo ab, Alter. Ich bin so unmotiviert, es kommt ja automatisch, ich habe so Halsschmerzen, so Stimmenschmerzen, weil ich gestern, deswegen klingt meine Stimme auch so tief heute, weil ich einfach übertrieben lange gestern so, ja, so, es war eigentlich echt mega nice und es hat übertrieben Spaß gemacht und, ähm, äh, oh nie die, haha, ja, ist einfach so, ich schwöre ja, wana ja, Bruder, und so, wisst ihr, wie ich mein, oh scheiße. Cool, Mustafa, was's up, brah? Sup, Gang, sup, Gang, nana 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 nana, Ich meinte verpixelt, oh mein Gott, alles wegen Gülhaa, Wallah, Wallah, Bruder, Wallah. Ich meinte verpixelt, oh mein Gott, alles wegen Gülhaa, Wallah, 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 Wall Vielen Dank. 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 ich kann es nicht ganz lesen iran 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 magst du jacob? yes, er ist über korrekt ok leute, das war es mit dem stream ich hoffe euch haben die 14 minuten gut gefallen ne es waren jetzt 16 minuten ungefähr, genau 16 minuten ich hoffe es hat euch gefallen ja, ich hoffe euch gefallen, meine haare, meine haarpracht und wenn nicht, Pech leute, dann Pech einfach